Um erfolgreich Skifahren zu können, braucht man passende Skistöcke. Aber woher weiß man, welche Größe man braucht? Tatsächlich ist es wirklich wichtig. Lass uns ein paar Skistöcke nehmen. Um die Größe der Skistöcke zu bestimmen, muss man sie einmal kopfüber hinstellen. Dieser Teil der Skistöcke zählt nicht, der beim Skifahren im Schnee versinken wird. Vergessen Sie nicht, Ihre Skischuhe beim Essen anzuziehen, denn ohne diese sind sie etwas kleiner. Stellen Sie die Stöcke auf den Boden. Ihre Ellenbogen sollten einen 90-Grad-Winkel formen, also sind diese Skistöcke zu kurz. Ich werde ein anderes Paar nehmen. Ich stelle sie kopfüber auf. Diese sind schon viel besser. Ich werde noch einen anderen Skistöck nehmen, um Ihnen den Unterschied zu zeigen. Wie Sie sehen können, formen meine Ellenbogen einen 90-Grad-Winkel. Also ist dieser genau richtig. Generell geht es bei der Länge der Skistöcke vor allem um ihre eigene Vorliebe. Ich persönlich bevorzuge kurze Skistöcke, weil man sich dann mehr nach vorne lehnen muss. Wenn man mit längeren Skistöcken skifährt, lehnt man sich zurück, um die Balance zu halten. Also ist es das Beste, passende Skistöcke zu nutzen. Nicht zu lang und nicht zu kurz. Vergessen Sie nicht, die Skistöcke beim Messen kopfüber aufzustellen.